hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von der challenge auf dem zweistellenhof mit dem mikado place xd hallo dem lernfähigen tiger farm und dem leon hallo so ich müsste mit tiger farm noch was klären ja von dem her würde ich einfach mal kurz mit hoch gehen ins lohnunternehmen ja ich denke ich meine so kommen sie mal mit dem traktor hierher gewicht wenn wir da weg oder sie brauchen traktor muss ich ihnen wieder stunden ja dankeschön das gewicht können sie immer auf die seite stellen am besten zu dem baum da zu dem laub nehmen sie mal hier diese diese säge von der anderen seite herfahren einfach mit dem ding gegen die bäume fahren mit beaktivieren und dann geht es ein bisschen schneller zeit ist bekanntlich geld das weiß ich und vielleicht die bäume in die freie richtung fallen lassen okay gut das war schon weil dann hat man auch kein verschnitt beim holz seil achtung seil frei können durch das haben wir jetzt nicht gesehen das ist gut das funktioniert viel einfacher achtung bäume kommen das ist gut das war es also bis später bis später danke bis später das geht ja nicht dass es alle meine bäume hier verschandelt geht aber wirklich nicht und zeit das auch bin ich mal gespannt ob ich die bäume überhaupt verkaufen und bist du krank nö alles gut wollen wir aber nicht hoffen werden sie jetzt mal nicht dran alles optimal dann können sie ja nicht arbeiten das ist ja nicht gut n diese Schaden ein aber ich meine das jetzt nur im Spiel bin wenn die mich krank werden dann tut mir das gut die nächste ich habe ihn doch hoffentlich auch leid getan wo ich kann ich habe die eingebaut er ja natürlich ich bin schon wieder holz ein die 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 das lohnt sich doch nicht im LS 19 wie war es was habe ich gehört äh silage ist wie bäume fällen im LS 17 also silage im 19er ist wie bäume fällen im 17er also silage im 19er ist wie bäume fällen im 17er wer mit dann ist weiter drücken naja ich glaube ich bin einfach daran dass ich gerade eben noch ich bin ja bei der feuerwehr also weil es ja auch ein bisschen anstrengend ein paar Schläuche gerade ausrollen die Schläuche sind schwer die Schläuche sind echt schwer muss man schon sagen ein paar kleine Lecks sag ich jetzt mal es dauert ein bisschen bis meine Säge aus der Tasche kommt so ah, fast will ich zuerst einschalten ich dachte hier sei schon ähm, Herr Wagner, Sie sollten vielleicht erst einschalten ja, hab ich genommen ja, das hat, ach so ja, das ist so zu zweit funktioniert das optimal jetzt steht er auf meinem Baum drauf so ich bin gerade jetzt nicht weg, das wäre ja doof wir müssen mal Schwung nehmen so na komm schon da war so du 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 so ich bin ja ein bisschen schnell voll ja, was ist schnell voll so 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 das Gute ist, äh Tiger Farm sägt die Bäume um ich entaste mit ihm zusammen er entastet dadurch kriege ich die Bäume wirklich ruckzuck da weg und wir können richtig Kohle machen halt so und wir haben letztes Mal schon gut Geld verdient aber heute wird man mal äh einiges toppen so was machen sie eigentlich so arbeiten sie auch oder so ich bin sie nur fern ok er guckt wohl nur in die Ferne ich höre sie nicht ok ok der eine Baum der hat den anderen Baum lieb haha oh das sieht so aus die wollen sich nicht trennen voneinander ok ein ja 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 oh da hängt ja hinten noch die Baumkrone dran das können wir so nicht machen kannst du nicht machen wenn da der halbe Baum noch dran hängt sollte ich vorher noch entasten jetzt geht's auch einfacher zu ziehen ja jetzt geht's auch einfacher zu ziehen ja aber es ist phänomenal dass es wirklich immer die Bäume nach rechts gezogen werden ja schon irgendwie durch die wenn er wird aussehen dann das auch natürlich dass sich einfach nicht gebacken kriegen nicht gebacken kriegen nggak ja ich will kuchen sofort ich meine den anderen Back achso achso Teilgefahren haben ja, glaube ich, ein paar kleine, kleinere Probleme. Oh, ich darf eins nicht vergessen. Fällt mir gerade wieder ein. Das darfst du aber nicht vergessen. Was denn überhaupt? Ja. Äh, muss mal kurz zum Elu. Ja, ja. Klopf, klopf. Ja. Äh, bitte mal ganz schnell bitte Auftrag beenden und Feld 1 düngen. Ja. Bitte sofort. Danke. Okay, dann würde ich Ihnen, äh, 300 für die Stimme abbrechen. 300? 300. 2-0-0. 2-0-0. Okay, kommt gleich. Danke. Dann dünne ich für Sie. Dünger steht am Hof. Mh. Sollte hoffentlich noch was drin sein. Ich habe selber, wir haben selber einen Düngerstreuer. Ja, dann nehmen Sie den. Ja, dann nehmen Sie den. Passt. Okay. Okay, bis später. Wo ist jetzt mein Gewicht? Bei dem Baum. Hä? Brauchen Sie dafür nicht. Bitte wirklich beeilen. Okay. Danke. So. Da sind Sie wieder. Ajo. Muss. Muss, genau. So, wir müssen nämlich ganz kurz den Auftrag ändern. Achso, ich muss noch Geld überweisen. Oh, mein Helfer hat ja auch schon gute Arbeit geleistet, eigentlich. Ich rede jetzt von dem Helfer namens, ähm, Leon. Lohnunternehmer. Ja. Irgendwie bleibt da oben immer ein bisschen was dran an diesen Räumen. Ich weiß auch nicht. Hm, komisch. Das ist ja der letzte Teil von der Krone. Hoffentlich reicht die Zeit noch. Stimmt. So, das wird heute ein lukrativer Tag. Ja, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Hm. Bin und bleibemüde. Was ist hier jetzt los? Dann geht es nicht rein. Weiß ich nicht. So geht denn das nicht. Es geht. Dann möchte ich sein. Oh, oh, ein Traktor verschiebt sich. Oh, oh, das ist aber nicht so gut. Zu viel Gewicht hinten drin. Die Stämme sind einfach ein bisschen zu groß vielleicht. Aber nur vielleicht, ja. Ja, ja. Ja. Das geht gerade noch so. So, desto weniger wir fahren müssen, desto besser. Aber nicht so. Jetzt muss der erst noch Dünger kaufen. Ich hab doch gesagt, der soll meinen nehmen. Das ist aber sehr schön, was ich jetzt so gemacht habe. Das Holz stapelt sich, das ist schon super. Der Verkaufstricker ist voll. Kann aber nicht wahr sein, oder? Nein. Was denn? Nein. Sie sind ganz genau. Nein. Nein. Es betrifft. in manchen schuldeten das nicht aber hat es nicht nicht wenn es sich nicht in der Nähe noch zwei 5 Minuten in der so das müsste uns genau reichen dass wir da drüben mal kurz verkaufen. Ach man, ich habe ja immer noch meinen Heckler. Ach, das ist schon blöd, ey. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, wieso geht das vorne nicht ran. Vorhin hast du dich noch gefreut, dass dein Heckler da ist. Und jetzt schon wieder vergessen, oder was? Ja. So, ich habe keine Ahnung, wie viele Stämme hier schon rumliegen. So, aber das ist eben erstmal genügend und wir verkaufen jetzt mal. Moment, Pressefoto. Ich glaube, mein LS packt ein bisschen sehr rum. Warum? Ich konnte eben schon die Mineralisüngerpaletten vom Shop nicht aufladen. Und jetzt? Und jetzt ist, also bei mir steht, dass da nichts Sinn ist. Und ich kann die noch nicht einmachen. Das ist sehr schade. Das ist... Ähm, okay. Wer soll nicht warum. Hauen Sie mal Leon dazu und machen die Zeit auf 1, beziehungsweise pausieren dann. Ja. Auf 1. Auf 1 reicht. So, ich wollte hier noch das hier tun. Oder das auch tun. Meine LS packt auch. Echt? So. Was packt bei dir? Äh, bei mir hat es nur, war nur so, ist der Traktor nur auf dem Holz noch gestanden, obwohl das Holz weg war. Ach so. So, ähm, ich hoffe mal, dass das hier kein Problem wird bis morgen, also bis zur nächsten Folge. Ähm, sonst habe ich ein Problem. Ähm, Mikado ist da oder nicht? Könnten wir schon mal die Abrechnung machen? Ich glaube, es ist ja falsch. Die Abrechnung, ja. Ja, so. Ja, mit dem hat man voll, die 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 hat man voll in einem Betrag gehört. Echt? Ja. Also zur Abrechnung, bitte. Ja, ich, wie viel macht das denn bei mir? Ähm, für was krass, meine Lüge? Nein, ja. Äh. Oder? Ja, tausend. Können. Äh, mich? Äh, plus Anfahrtskosten? Oder? Nee, das ist schon mal mit einberechnet. Okay. Das hier wird auch zum Problem. So. Bitteschön, Dankeschön. So, bei mir auch noch was oder nicht? Sie hatten jetzt... Nee, ich hab ja noch nicht, ich konnte ja noch nicht anfangen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles, wie immer. Und bis morgen. Problem. Ciao. 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 Ciao.